Yo, was geht ab YouTube, Blackchip wieder mit einem neuen Minecraft-Video am Start. Und Leute, ihr habt es in der letzten Folge gesehen, da hatten wir Stanni gefragt, wegen der Straße, dass wir Sozialarbeit machen dafür, für die unsere Straftat. Und ja, ich habe jetzt hier noch wieder einiges besorgt an, ähm, ja, Beton. Und da werden wir jetzt das Straßen jetzt anfangen auszubauen. Und ja, ich habe auch noch irgendwo, wo ich meine, äh, das nehmen wir auch nochmal mit, das können ich nämlich auch noch gebrauchen. Die nehmen wir mit. Ähm, irgendwo habe ich eine Stalkerkiste, hier. Da habe ich noch haufenweise Kies drin, da habe ich noch haufenweise Sand drin, noch ein bisschen grauer Farbstoff. Ähm, weißen Farbstoff habe ich auch noch. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an, die Straße zu bauen. Wir sehen uns gleich. Ich würde nämlich jetzt sagen, wir fangen nämlich jetzt mal an, quasi unseren Strafdienst zu machen. Und zwar das, äh, ja, Straßennetz von Paul Berger Hills. So, ich würde jetzt mal sagen, wir müssen mal kurz gucken. Und zwar hier, dann würde ich nämlich sagen, starten wir damit genau hier so hoch. So, wir brauchen ja drei Breit und noch, ähm, welche für, ah, aber wir müssen das tatsächlich ja sogar so machen. So, wir brauchen jetzt erstmal ordentlich hier durch. Ähm, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, weil wir haben nämlich drei Breit und dann, glaube ich, nämlich noch diesen Gehsteig oben drauf. Also diese, diese Randbegrenzung. Ja genau, das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier noch ein bisschen breiter werden. Also insgesamt quasi fünf Breit. Eins, zwei, drei, so. Und zwar so. So. Steine werden wir natürlich danach auch, aber da werde ich erstmal eine andere Pickaxe holen, weil die ist nicht mehr ganz so gut. So. Und jetzt den Mittelstreifen noch. Und irgendwann müssen wir auch gucken, da müssen wir das Ganze nämlich nach oben erweitern. Oder wir gucken, dass es vielleicht eventuell mit diesen Steinen hier schon passiert. Mal gucken, wo wir schon sind. Ah ja, guck. Wir sind quasi schon, ah, wir sind schon fast da. Ja. Aber, warte mal. Ich fliege jetzt mal von dem Block aus. Kerzen gerade nach vorne, um zu gucken. Ja, nee, das ist ein bisschen zu nah am Max am Haus. Für meinen Geschmack. Wenn ich bauen, wir einfach bei MBKs Haus, äh, die Ding nochmal um. Die Straße, dass wir die ein paar Blöcke weiter rüber machen. Und, ja, dann gucken wir mal. Ich würde mal sagen, ich heb das jetzt erstmal schnell aus, damit ihr das nicht alles angucken müsst. Und dann sehen wir uns gleich. So, meine Lieben. Wir sind jetzt angekommen. Ich würde sagen, wir fangen nämlich jetzt an. Und machen hier... Wann sei... Wir sind immer noch... Ah, wir sind immer noch nicht breit genug. Ich habe nicht richtig gezählt. Okay, okay, okay. Okay, vielleicht doch nochmal ein kurzer Cut. Ähm, ja, wobei... Wir machen es erstmal. Wir machen es erstmal. So. Wie war das? 3, 1, 2, 3 und dann... 3, äh, 1, 2, 3 und dann... Zack, 2, 3. 1, 2, 3. Zack, so. 1, 2, 3, passt. 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Der muss noch weg. 1, 2, 3. Zu. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Das ziehen wir jetzt erstmal durch. Und ziehen wir hier erstmal durch. Oh, verdammt. Also, ich glaube, für die ganze Stadt werden wir verdammt viel, ähm, Beton brauchen. Wenn ich jetzt schon einen Stack weggeballert habe. Ähm, ja gut. Ich würde sagen, wir fangen hier... Ne, wir machen hier noch keine Erhöhung. Wir knüppeln hier erstmal ein wenig was weg. Zack, 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 zack. Dann machen wir wieder. So, da haben wir jetzt 3. Dann 1, 2, 3, frei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 frei. So, jetzt tun wir nochmal zwischenrein. Schauen wir mal die weißen. Dass man gleich mal erkennt, dass das eine Straße wird. 3, 2, 3, 1, 2, 3. So, und dann, ja, machen wir das später noch weg. Aber jetzt lassen wir es erstmal. Machen das dann später. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen nämlich dann jetzt an mit der ersten Erhöhung. Also, quasi so ein Treppenprinzip. Zack, zack, zack. Dann würde ich mal sagen... Und ich mach kurz, ne, geht nicht, sondern... Ja, tu den Bogen mal weg, den Bauch mal sehe nicht. So. Machen hier nochmal eine Erhöhung, hier nochmal eine Erhöhung. Und machen hier die nächste. Weil wir müssen ja irgendwann oben abschließend kommen. Wir müssen ja sogar, ähm... Hier oben, also ich hab hier quasi... Ups, äh, schon eine komplette Schleiße durchgezogen. Aber wir müssen hier oben... Ähm... Ja, die Straße auch nochmal weg machen. Und müssen die ein paar Blöcke weiter nach drüben versetzen. Weil wir kommen hier nicht ganz an. Das ist ein bisschen blöd. Also wir kommen so ein paar Blöcke weiter rüber. Aber dann schaut's auch besser aus. Dann ist es nicht so nah am Haus. Man kann hier schön durchgehend hoch bis hoch zur Amir alles durchziehen. Und... Ja, schaut einfach besser aus. Und wenn's denen halt nicht gefällt, dann... Keine Ahnung. Dann müssen sie das neu bauen. Ganz einfache Sache. So. Deswegen... Hätte ich gesagt, ich fange jetzt erstmal mit der Aufstufung an. Der erste Teil von dem Ding ist gemacht. Das kommt weiter da hin. Ähm... Ja, wir machen mit der Aufstufung mal weiter. So, das passt, das passt. Zack, zack. Machen wir jetzt hier halt ein bisschen... Holprig, aber... Das ist erstmal okay. So, dann füllen wir hier einfach mal auf. Und dann machen wir hier jetzt erstmal wieder ein ganzes Stück gerade. Weil das schaut sonst zu wild aus. Und zu holprig. So. Ich würde mal sagen, ich... Begradige das jetzt erstmal und... Mach da einen Cut und wir sehen uns gleich. So, meine Freunde. Wir haben das ganze Ding jetzt bis oben hin... Äh... Quasi mit Treppen durchgezogen und so. Jetzt... Machen wir hier wieder weiter. Äh... Jetzt müssen wir mal gucken. Da kommen wieder 1, 2, 3 weiße hin. Da kommt genau hier der nächste hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3 weiße. 1, 2, 3. 1, 2, 3 weiße. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Äh, was mach ich denn? 1, 2, 3 weiße. Zack, zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, und das, Leute, ziehen wir jetzt in der Timeless mal bis komplett nach oben durch. So, meine Freunde, ähm... Die Straße nach hier hinten ist jetzt soweit fertig. Zack, geht jetzt hier bis... Also, Asius ist ein neues Haus und MBK ist ein altes Haus. Äh, haben wir jetzt mit angebunden. Natürlich kommen da noch Feinheiten, dass wir quasi die zweite Linie machen und so. Ähm... Ja, wir müssen jetzt dann aber leider erstmal mit Lukas reden, dass wir wissen, wo die ihre Straßenanbindung haben wollen. Wollen diese hier, ähm... Dass die vor dem Haus hier entlang geht? Oder soll die nach dem Haus, äh, also oben entlang gehen? Da müssen wir jetzt erstmal mit denen reden. Das mache ich, ähm... Ja, außerhalb von der Aufnahme. Und ich würde sagen, ich hoffe an der Stelle, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.